Halli, hallo, Hallöchen, da sind wir schon wieder. Nach einer leicht kurzen Runde mit Earth Spirit, die ich ziemlich verbrückt habe, theoretisch, gegen einen Gegner, kann man das schon so nennen. Ähm. Naja. Wollen wir doch mal sehen, ob wir hier ein ordentliches Team zusammen bekommen. Klingt für den Anfang nicht schlecht. Ähm. Gilgamesh. Da hat wohl jemand das... Okay. Ähm. Da hat wohl einer einen Namen vertauscht. Aber schön, dass er so wenig Spiele hat. Dann natürlich 1600 Spiele im Gegenzug. Und... Fast 500 Siege setzt 1000 Spiele voraus. Plus und minus. 10 Sekunden zu wählen. Hm. Mal sehen, ob er noch ein Support fehlt. Das fände ich interessant. Ich meine, 300 Spiele ist dann eben die Frage, wie viel er daraus mitgenommen hat. Das ist die Frage, 45, 45, 36, 35. Wunderbar. 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 Sollte doch alles glatt laufen. Was zum? Dieser Smoke of Decent. Ich müsste mir mal den durchlesen. Um. Um. ähm mh, nein okay, Templar Assassin ist raus ah, schade, ich dachte, Invoker wäre raus da bräuchten wir jetzt schnell First Blood ähm aber Moment, wer war das? achso ähm ähm 25 Einheiten Gegner erhält oder of course da ist gar niemand was ist das denn jetzt? rosa hm hm ja, die 100 Punkte würde ich gerne mitnehmen definitiv, also das Problem ist einfach okay, back to video games da war Invoker was war das denn für eine komische Musik? blöderweise hört die Betäubung jetzt auch auf Sniper hätte ich die Möglichkeit ihn noch zu stoppen gut, ich verhindere jegliche Regeneration oh Gott, fängt ja damit an oh, eine Sekunde was denn okay, ich hab's geregelt ich kann schnappen Okay, wir sind unpaused so, doch nicht Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, Sniper ist wieder in der Mitte und der hat vorsichtshalber mal alles angepingt. Und ein Templer-Assessin war auch eine große Gefahr, allerdings sind die anderen jetzt auch nicht gerade ohne. Puff von daher. Obwohl, sollte ich überhaupt die Mana-Schuhe... Ah, doch klar, für den Fall der Fälle. Oder? Eigentlich nicht. Eigentlich in dem Fall nicht. What a lot of rot. More shankers. A galloping infection. Ich ja nicht. Ich mein, das ist ein Mana-Regeneration, das wird ja noch... Crawling back. Ah, schau den. Ich schau schon wieder meinen... ...den Street-Party-Party-Party-Party-Party-Party-Party-Party. Okay, Templer. Mist, ich hätte näher ran müssen. Okay, das habe ich versaut. Ich habe mich mit Maiden verwechselt, da wäre ich eventuell nah genug dran gewesen. Ich habe mir jetzt ein bisschen Mana tatsächlich einen Schadküttel verdammt. Dafür habe ich gleich wieder volles Leben, wenn ich jetzt nicht angegriffen werde. Demnach brauche ich meine Regenerationsnummer weniger. Oh, ja. Woops. Nope. Das ist so nice. Das wird so Definitiv nichts Das war definitiv ein Fehler Das war definitiv ein Fehler Mein Tissues, run Run, where you drop Das ist jetzt doof Der Lancer darf halt nicht Nicht stark werden Time Time Bomber Naja, da sollte man das schon Im Englischen durchziehen Danke Sicher ist sicher Obwohl ich ja meine Heilung habe Müssen wir da echt gucken Auf Temper Sie so schwach tatsächlich gegen mich Das überrascht mich Das überrascht mich Wäre längere Zeit Meiner Aura ausgesetzt gewesen Was dann wiederum Ja Ziemlich geschadet hätte Vor allem da das ja jetzt hochgestuft wurde So wie ich meine War das nicht mal 1,6 noch Hm Oder ich werfe irgendwelche Zahlen durcheinander Wo ich mir mal bei irgendeinem Helden gewünscht habe Dass die Zahlen höher wären Weiß ich gerade nicht So Gut Dann Marschieren wir einmal zur Rune Die sollte ja noch da sein Und Okay Das ist bei uns Muss man ja immer drauf achten Sonst gibt es ja Naja Wir sind immer noch Zwei Kills Im Ried Wenn wir das so holen Das ist schon interessant Jetzt fange ich das Zepter an Noch bevor ich Level 6 erreicht habe Wo es dann ja tatsächlich Dann mal zum Zug kommen würde Hm Wirklich interessant Da will Oh Nicht schlecht Das war jetzt ein bisschen Doof Ähm Hm Hm Okay gut Dann müssen wir das gleich nicht überwinden Das Hilft uns schon Glaub ich dass die So gewechselt haben Ich meine sie haben Templar Assassin Ist von der Länge Gegangen Wenn man so will Oder wurde abgerufen Wie auch immer Achso kein Mana Hm Hm Ja die selben Schuhe wie ich Ja aber mit einer 4er Mana Regeneration kann man so plötzlich schon zufrieden sein Wobei halt im Moment lang keine Aktionen kann Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch Zudem wenn ich die Lens dazu bekomme Da ist ja auch nochmal Magie dabei Of course Max Max The spot Yes Von daher Alles gut Jetzt habe ich natürlich keine Das ist jetzt shit dass ich nicht genug Mana drauf habe Hm, okay Okay, das ist gut Der muss dann jetzt ja nur noch raus Aber 9 zu 3 Das nur, weil einer Am Anfang Mal kurz raus war Wenn wir Glück haben Oder wenn man es so sehen will Ob es nicht doch die falsche Entscheidung war Ah, scheiße Komm schon, sie wird langsamer Selbst wenn du dich verstecken solltest Jetzt endlich mal Oh Soll ich mir auch erst die Lands holen Der finde ich auf jeden Fall praktischer Gut, warte ich auf die Schuhe Oder darauf, dass irgendeiner So lange Glück bei mir in der Gegend rumsteht, bis er tot ist Oh, Abbringzeit, okay Das wäre auch noch schief gegangen Ähm, hm Ja gut Dann kann man ja mal gucken Nach der Rune Gelb Invoker Der Daffel Der Daffel ist schon stark Das ist eigentlich auch noch Level 7 Level 9 Oh, vielleicht habe ich bei Viper Glück Okay, er geht Okay, er geht Oh, kommt Oh, cool Jetzt habe ich die Ulti abgefeuert und es hat noch nicht mal hingehauen Ähm Oh, shit Okay. Okay, den kriegen wir. Templar auf jeden Fall nicht unbedingt, aber ist ein bisschen schwer für sie zu entkommen. Einmal Gewohnen und dann schnell weiter, sagen wir zwar. Die haben tatsächlich in einer Regeneration. Ich dachte, das wäre das Gewinne. Wirklich nicht. Schauen wir mal, ein bisschen. Ja, gute Anlage. Ich hoffe, meine Schuhe kicken gleich noch ein. Und da sind sie schon. Da steigt meine Regeneration um einiges. Okay. Okay. Hm, yes. Einmal da. A galloping infection. Oh, ich glaube, da will jemand mit dir reden. Ich bin weg. Ich bin weg. Es ist ziemlich ein ein Spree. Hm. Ich bin weg. Run! A foxhole! A foxhole! No! Of course! Hey! Thanks! Of course! Hm. Alter Schwede, okay. Das ist, äh, strange. Tatsächlich, das ist wirklich mal... Verstörend. Nein, ich hab nicht genug Mana verdammt. Oh, well done. Shit. Jetzt könnte ich... Verdammte Hacke. Klappt ja nicht. Sentin Lancer. Haha. Schwer sich gegen den zu verteidigen, ohne... Ah, nicht. Keine Ankunft, ne? 7-9. Of course! Was? Ist das wieder... Ah! Action! Oh, okay. Templar... Menge... Menge... Schaden. Wow! Shit! Der hat wirklich ne ganze Menge Schaden. Ist echt krass. Yeah. Wollten wir doch mal sehen. Ich nehme mal an... Und die Mana-Spur... Ist tatsächlich doch mal ne... ...ne ganze Zwecke anders. Ohhhh. Ist das... Ohhhh. охh... Elegrioni im Ernst... Ok... Das heißt... Definitiv Vorsichtiger... Und nicht in der Gruppe mit Sniper angreifen. Vielleicht auch Gold oder so. Das ist wirklich nicht ganz so einfach. So, kann man mal ein bisschen frische Luft hier reinlassen. Aber irgendwie die ganze Zeit schon das Gefühl ist das ein bisschen zu stickig hier dann. Und das ist ja noch ein Tower. So, stellen wir uns mal hier an den Rand. Naja. War zwar nicht optimal, da meine Ulti natürlich noch ein bisschen hinterherhängt. 2, 13. Hm. Hm. Hm, das muss ich mit ein bisschen mit Blast Hits über Wasser halten, nehme ich doch mal an. Ich meine, das habe ich ja sonst auch gemacht. Hilft natürlich einiges bei der Regeneration. Das hört man auch immer wieder gerne an. Wow, der ist stark. Wie war es das? Hm. Ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch mal, was ist jetzt hier? Oh. Ich bin so ein bisschen müde weg. Ich bin so ein bisschen müde weg. Ich weiß es ja, es kommt keiner. Oh, ist das da? Warte ich halt alleine auf Envoke. Das ist natürlich nicht. Okay. Ich hab kein Mana. Ich hab kein Mana. Nervt wirklich. Shit. Oh. Okay. Das ist ein Problem. Das freut sich doch. Warten wir mal einen Moment ab. Dem hab ich ja kein Problem. Oh mein Mana ist eben. Oh shit. Oh shit. So. Also müsste da. Ah. Guck mal. Temporal Assassins da. Wow. Das war echt krass. 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 Ich habe keine Krass. Das war echt krass. So. Das war echt krass. Komm schon. Die Trobitarre ist unter 굉장히 죄ding. Die Trobitarre ist unter lava. Ich wache Trww. Ich berühre sie sich. Für eine Scepter. Ah, ich warte. Schade, das ist mal wieder, aber... Ja, ich warte, ich warte, ich warte. Okay... Okay... Well... Well... Ähm... Kein... Problem damit. Ja, die Sache ist nur, die ich brauche einen, der halb tot ist. Wieso komme ich denn nicht weiter da rein? Of course! Radiant have fortified their towers. Hm... My tissues run. Geht auch nicht... Einer muss den Lock-Flapel spielen, am besten der mit den meisten Leben. Hm... Oder der mit den wenigsten Leben. Auf jeden Fall nicht ich. Okay... Wer ist der echte? Ich hab kein Mana... Ist das jetzt euer Ernst? Ich hab kein Mana dafür... ... 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 Das ist ja schon wieder Templer. Wow, also das ist schon krass. Gut, ich hoffe wir... Ich bin jetzt hier ein paar... Oh. Okay. Okay, das ist ein bisschen schlecht. Okay. 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 Ja, muss die ja irgendwann kommen. Ich glaube, ich muss noch mal farmen gehen, bis ich meinen... Ähm, bis ich den Stab habe, ähm, den Wizard, wie auch immer. Ansonsten ist das durch die wenigen Last Hits, die ich tatsächlich mache, schon ein wenig... Ähm, ja, heftig. So, lassen wir uns erstmal das kommen. Ähm, erstmal mit das Wichtigste. Oh... Na gut... Templer kann fehlen, das ist keine Frage. Ähm... Definitiv keine Frage. Ansonsten, ja... Drei mal... Was ist eigentlich... Hört... 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 Ahhhh, okay. Übel. Übel. Boah, scheiße. Es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Oh hey, einen Tower haben wir bekommen, ja, also... Was ist das eigentlich? Intelligenz. Ach, die steigert sich jedes Mal. Deswegen ist der so gut. Das ist schon echt heftig. Äh, Weiber ist raus. Kann ich ihn nicht vergrünen? Das Problem ist einfach, ich muss leveln und verhammen. Hm, da ist es hin. Bisschen doof. Naja. Na, gucken wir mal, was hier jetzt so... äh, so läuft. Hm. Ja, dann kann ich gleich, wenn ich die habe, mich auf den Job vergeben. Wie man so schön sagt. Wie man so schön sagt. Und, ähm... Da habe ich dann... Hoffentlich zu Genüge austoben. Ja, auf jeden Fall schön. Of course. So, jetzt sind sie schon am Tower. Ja, da kommen schon alle her. Da kommen schon alle her. Tadaaa! Zwei schnell platzierte Zauber können man ja irgendwie. Von daher... Immer schön dranbleiben. Was mich wundert ist, dass sich die Intelligenz mit dem... Mit der Stufe des Stabs steigert, weil einfach das... Ändert sich ja eigentlich nichts. Was den Stab jetzt... Was jetzt angeht. Ähm... Ja, den Dagon... Zauberstab... ...what so ever. Boah... Oh... Er ist aufgegeben. Vector of Infection. Vector of Infection. Jaaa... 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 Ein eher passiver... Passive Unterstützung. Oh... Oh... Jetzt habe ich mich natürlich auch schon verschießen. Ähm... Falscher Brunnen. Kann man ja mal verwechseln. Kann man ja mal verwechseln, ne? Hm... Sniper ist raus. Hm... 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 Mal gucken... Der ist zu gut. Warum ist der so stark? Außerdem ist der schon Level 25. Alter Schwede. Was ist eigentlich? Wollte ich noch duschen? Naja. Was mache ich denn nachher, ne? Templer hat mir... Ja gut, was müssen wir machen, wenn so wenig Leben, wenn er angerannt kommt? Wenn ich das kriegen kann, kann ich da auch nichts machen, außer unsichtbar und selbst dann ist es fragwürdig, ob ich das schaffe, da zu entkommen. Wie wir das letztes Mal gesehen haben, wo der... der die ganze Zeit Dust dabei hatte. Einmal schnell Dust eingesetzt und schon war ich tot. Das war leider irgendwie ein bisschen... A galloping infection. A galloping infection. Musste das jetzt sein? Das ist ja vollidiotisch. Das ist ja vollidiotisch. Bin wir doch tatsächlich? Einlass, jetzt klar. Das ist ja vollidiotisch. Shit. Nein. Was ist das? Diesmal hatte ich mir gar nicht so viel getan. Templar ist das denn was? Diesmal. Aber dass sie immer in Gruppen aufschlagen müssen. Da hast du einfach überhaupt keine Möglichkeit irgendwie mal ordentlich gegenzuhalten. Wie sehe ich da? Vier Magier. Wollen wir mal was? Ja. Dein Tod war ein secret aus dem Tod. Was ist der beste EJ, das? Krass. $pt. 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 Du brauchst mehr als ein Penicillin, um mich zu entfernen. Killing spree! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, nein, nein! Ah! Oh mein Gott! Scheiße! Scheiße! Oh mein Gott! 2, 1 Was ein Shit im Ernst! So knapp war es lang nicht mehr! So knapp war es wirklich lange nicht mehr! Da ist aber krass, ich würde mich persönlich verschwunden! Hm? Um... Hmm... Of course! I'm not police upon you! I run rancid! Hm... Quickly! I go! Dann mach! Setz ein! Ist doch wurscht! Du wirst doch wohl genug Mana haben, um das Ding zweimal einzusetzen! Du wirst doch mal das bisschen Geld, was die kleinen Viecher bringen! In einem besseren Forst Staff kriege ich das dann hin! Und yes! My tissues run! Okay... Plague Spreader! Das ist echt ein ähm... Kleines Problem! Okay... Oh! Wurscht! Leine Booth! Oh! Wurscht! Wee, wee, wee... Wurscht! Joah! Wurscht! 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 Jawscht! Das ist natürlich gerade... Okay, das ist übel. Ich hab dann... Das ist ja nicht übel gewesen. Hm... Ups... Hoho... Damit hätte ich nicht gerechnet. Ähm... Nebel... 600 Burst Schaden... Warte mal, ne? Ouh... Ohhh... Schade... Ne... Achter Mann, die Generation müssen... Ist auch schon... Okay... So... Jetzt müssen wir irgendwie mal... Quickly... Ich meine, jetzt habe ich mittlerweile 25 Intelligenz. Das sollte mich eigentlich weiter bringen, aber... ...Nerfensäge, ja. Templer und Fernjumblanzer. Vektor of Infection. A galloping Infection. Regeneration? An acceptable amount of energy. Nein, das war der Falsche. Ich kann nicht so viel machen. Niemand erwischt, oder? Ist ein bisschen doof. Der Echt ist natürlich wieder weggelaufen. Die Schuhe heilen mich schon wieder. Ich brauche so dringende Heilung. ...Mana-Regeneration. Das war schon weinlich. Ich meine, im Ernst, ich muss in den Jungle gehen, um mir die Regeneration zu holen, die ich brauche? Das ist natürlich ein bisschen schwer, da das Original rauszufinden. Aber das Original ist natürlich nicht dabei. Ich brauche... Ich brauche das. Ich brauche das... Ich brauche das... Ich brauche mich sehr. Das ist ein neues Wann. kirchen. Achtung! Ich brauche die Jäufe. Ich brauche mich. Das ist nicht gut. Man braucht den Scheiß um Mana zu bekommen und der klaut mir dann einfach die dämlichen Last Hits, weißt du? So Kleinigkeiten, die Sniper überhaupt nicht mehr nötig hat. Einfach weil der so viel... ...mütig macht. ...mütig macht. Hm. Ich gehe. So. Ah. Da hat er keinen Bock mehr drauf. Ähm. Hm. Ich weiß nicht, wer der echte ist. Ist der nämlich... Oh, im Ernst? ... ... ... ... ... ... verbraucht, verschissen oder was? oh ja, okay, er regelt das ja, hm, ich glaub ich mach das nicht ja, ich hab das nicht Das mir jetzt was bringt? Ich glaube ja nicht. Ähm. Also neune Lebens, äh Mana Regeneration, das bringt jetzt langsam was. Oh. Plague Spreader. Oh. Oh. Ist hier wieder. Oh. Nooo. Ich habe noch keine Mana mehr. Ich habe noch nie gesehen. Double-kill! The soil! I can't feel brother. Affliction! A fox upon you! Au, keiner hat den Mangel für mich. Ich hab wieder das Haus, jetzt wird euch noch getroffen, das ist eigentlich wurscht. Das Problem ist einfach, ich hab überhaupt keinen Mana mehr. Ich hab keinen erschissenen Mana, was soll ich da machen? Wie soll ich da was beenden, wenn ich keinen Mana hab? Außerdem fehlt mir irgendwoher noch Regeneration. Keine Ahnung, wo ich grad irgendwie neue Regeneration her hatte. Tatsächlich von der Lens? Also wirkt das doch bei mir. Ich weiß nicht, ich brauchts... Was weiß ich, wie er hat, um das hier wieder hinzukriegen. Nur weil ich die Shitschuhe nicht hab, oder was? Ich mein, da ist sie ja schon. Oh, Maiden ist tot. Das erklärt, warum ich... Ich wollte schon sagen, wenn die mich meint, dann äh... Das hat seine Gründe. Okay. Okay. Oops. ... 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 Weiß nicht, wo kommt denn mein Mana sonst her? Sonst hatte ich doch auch nur... Da hatte ich nur andere Schuhe. Ob es daran liegt? Ob es tatsächlich an den Schuhen liegt, dass ich... Da hänge. Das wäre ich... Das wäre wirklich dämlich. Aber die haben doch... Ich meine, die Schuhe jetzt noch zu tauschen... Eigentlich dämlich, aber... F8, 24, okay. Wenn ich irgendwie mehr Mana hätte... Wohin auch immer das bei mir verschwindet... Dann könnte ich auch noch was nehmen. Und die. Wunderbar, ich verstehe mich nicht mehr. Das ist dann... Ich verstehe mich. Wie sieht das? Und jetzt kommt doch... Ich verstehe mich. 1100 Das will ich jetzt aber nicht warten, verdammt Mach ich die fertig, geh zum Secret Shop Plank spreader Yes, endlich Die hat noch sie wirklich Geht was denn Ich mordere Shit Ich werde dich Keep murdering A double slaughter Vector of infection So Dems up Okay So It's not time I run ransom Marks the spot Das ist nicht Wird Of course So Ah Wird 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 Oh nein Wird Wird Wo steif ich denn so schlecht? Oh Mann. Ich hab überhaupt kein verschissenes Mann an. Mal wieder. Weil ich wieder keinen Kippen mehr gesehen habe. Dass ich noch mal ruhig einfliegen kann. Ich hab ja allein 500. Ich hab einfach keine Ahnung. Ich kann nichts machen. Ich hab einfach überhaupt keinen Mana. Es tut mir wirklich leid. Ah, dieses... Warum hab ich sonst Mana um 5 Leute in der Reihe zu killen und in der Base steht es gar nicht? Vielleicht? Also funktioniert der Scheiß ja nicht. Es kann nicht an den Schuhen liegen. Definitiv nicht. Lauf deine Jungle rein. Ich hab doch keine anderen Items als jetzt auch. Nur, dass ich dann wahrscheinlich jemanden damit kippe. Bis auf die... Bis auf die Schuhe. Es kann doch nicht sein, dass das einfach überhaupt nicht funktioniert. Ich hab so wenige Kills und dann kommt so wenig dabei rum. Mhm. Total simpel aus, aber gut. Nicht. Jaüss. Alles gar zwei fine kopiert? Alleluいや. Kannst du mal besser zuschauen? toilette mit Flüchtling. Alter Schwede, das... Keine Ahnung was da abgeht. Hört mal ein blödes Wirbelding aus. Deine Tissue riechen. Natürlich. Ach, scheiße. So... So... Ow... Die... Locks... Locks the spot... ... ... Ah, he's out. Mann, wasser? Mann, wasser? Was ist da? Was ist das? Was ist das so ein Ashradich? Die können die uns jedes Mal wieder fertig machen. Ich hasse es. Wieso funktioniert das nicht wie sonst? Trotz Crystal Maiden im Team. Wieso, wieso funktioniert das nicht? Ich kapier's einfach nicht. Sonst hat das mehr als gut funktioniert. Ich wohne Crystal Maiden. Und das sind 6 Mana Regenerationen, die ich habe. Ich habe... Nein, ich weiß nicht, sonst konnte ich die immer alleine auseinanderpflücken. Als wäre es nichts. Warum ist das dieses Mal so schwer? Und wieso hat Sniper das nicht vorher bemerkt? Mann. Es ist doch... Warum ist das diesmal so schwer, Templer ist? Was jetzt? Ja, das ist... So stehe ich auch die ganze Zeit da. Das ist auch einfach... Das haut auf. Boom, tot. Was jetzt? Die Begrüßung ist schlimmer als die Krankheit. Hm. Ow! Das ist dann. Ich gehe ranzidisch. Ich gehe jetzt. An acceptable amount of murder. Okay, nicht durch. Was sind unsere Krone? Dammit. Ah, dann. Oh, es geht noch schlimmer. Es war. Ich gehe jetzt noch schlimmer. Ich kann das nicht mehr haben, ey. Aber nur einmal kriegen die, oder? Aber das ist ja... Das Problem ist einfach... Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Vektor of Infection. Oh, Mann. So, eine Boot of Travel. Das wird's trotzdem nicht hinhauen. Gut, die Wille hat mal hingehauen. Das ist mal drei. A galloping infection. Ah, das ist Pinguist, die ich habe, das ist schon. Was ist das? Das ist so, in einem Diplomatik-Mannor. Ich werde dich. Die Kugel. Die Kugel. Die Kugel. Ha 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 . I'm and gone, like a stone. Cool, and. Once burned, ice shy. das ist unglaublich wieso kauft er sich den ganzen scheiß im ernst ich weiß zwar cool aber dann aber immer noch ein 6er schussrat oder was es kann noch nicht so schwer sein ein beschissene pericle zu machen das wird kommen Ich bin ein Loll-Type-Shark. Natürlich. Vektor of Infection. Ja. Es ist einfach... Okay. Okay. Komm schon. Wir müssen Outer World kriegen. Dann haben wir... Plague-Spreader. Komm schon, im Ernst. Mann! So was nervt. Weißt du, dann holst du den raus. Was? So. Hat doch keine Chance. Oh. Okay. Okay. So. 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 So.